Hunderte Hochzeitsfotos von Prinz Harry und Herzogin Meghan wurden ins Internet gestellt. Ihr Hochzeitsfotograf Alexei Lobomirsky sei Opfer eines Hackerangriffs geworden. Das berichtete die britische Zeitung The Sun. Laut einer Quelle aus dem britischen Königshaus sei es zu einer Gefährdung der Online-Sicherheit gekommen. So seien hunderte private Bilder der Hochzeit von Harry und Meghan auf Instagram und Twitter veröffentlicht worden. Die Situation sei nun aber wieder unter Kontrolle. Die Fotos sollen bereits im September 2018 gehackt, aber erst jetzt ins Internet gestellt worden sein. Wer hinter dem Hackerangriff steckt, ist unklar. Eigentlich waren nur drei Hochzeitsfotos des Paares für die Öffentlichkeit bestimmt. Diese wurden auf den öffentlichen Social-Media-Kanälen des Königshauses gepostet. Inzwischen sollen Maßnahmen ergriffen worden sein, die weitere Hackerangriffe verhindern sollen.